Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt so viele aufregende Sachen da. Dass ich überhaupt hier bin und das war ja schon eine heftige Sache so. Und dass wir das jetzt so voll gerockt haben, das finde ich voll genial. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ein VIP zu sein war ich bisher nie und was drunter vorstellen kann ich mir auch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ihr uns jetzt hier so präsentiert und was ihr mit uns vorhabt. Und ja, ich lass mich mal überraschen. Sony steht für mich für gute Qualität und selbst habe ich schon einige Sony-Produkte zu Hause und erweitere gerne. Das ist eine tolle Marke und ich freue mich auch total auf das Tablet. Ich jetzt ein Android-Handy habe und freue mich einfach auch auf ein Tablet mit Android. Und ich war dann auf der Facebook-Seite und habe dann gesehen, dass es da das Sony-Tablet zu gewinnen gibt. Das hier ist, glaube ich, mit einer meiner größten Gewinne bisher. Ich habe auch eine ziemlich lange Freundeliste und wir waren auch abends und auch tagsüber sehr lange damit beschäftigt, immer zu chatten. Und das ist natürlich eine super Sache, wenn alle da so mitziehen. Die Übergabe von den Tablets war schon alles ganz cool. Das war ja wirklich jetzt was ganz Außergewöhnliches und ja, ein einmaliges Erlebnis. Also am coolsten fand ich die Fahrt mit der Limousine und das Abendessen war natürlich auch sehr nett mit euch. Danke Sony für den wunderschönen Tag. Da hat man sich dann schon wie ein VIP gefühlt.